einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight killerlein auch bei mir ist endlich das event angetroffen und ich fange jetzt mal an die survivor zu suchen habe dich trotzdem erwischt ich habe es aber getroffen oh 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 irgendwann musste es ja mal klappen ich konnte es gerne angeflitzt oh guck mal hier ist ein park oh 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 du bist keine palette mehr hab ich kaputt gemacht Schade. Gebrauchen! So, da oben. Ich kann ja auch so eine Blutpunkte erzeugen, oder? Es gibt Blutpunkte. Ich will aber ein bisschen was. Okay. Hinten habe ich nichts, ne? Schade. Getroffen! Egal wie viele hier auch rauskommen, ich habe sie getroffen. Schade. Das war jetzt simpel. Du bist mehr oder minder an die Arme gelaufen. So, komm. 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 Ist das eine tolle Sache? Schade. Die baumelt noch. Ich habe sie nicht gesehen, wo sie dich geheilt haben. Da waren die bestimmt nicht in meinem Terroradius. Okay. Das ist noch ein paar Leute da? Doch nicht mehr. Oh, hier. Na los, mach doch um. Ich bin trotzdem erwischt. Ich bin trotzdem erwischt. Sooo, hopp. Dann machen wir das kaputt. Die Sabbel ist hier hintergerannt, oder? So, warte, da ist ein Haken. So, warte, da ist ein Haken. Und hopp. Das war ja irgendwer. So, warte. Dackel, dackel, dackel. Warte. Die Claudette fehlt mir eigentlich noch. Die ist ganz schön sneaky. Das war bumm. Danke. Wieso treffe ich die immer direkt? Das ist doch kacke. Das war dumm. Das war dumm. Das ist ja. Die Stadt, du hast es nicht. Das ist ja. Das ist nicht wichtig. Wieso nein? Nö, nö. Komm, hier ist der Haken. Ich habe alle, ich habe alle, ich habe alle, ich bin so stolz, ich bin so stolz und selbst mit seiner Fähigkeit habe ich eine umgewirfen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin total stolz auf mich. So, 83.000 Blutpunkte. Wow. Wow. GG. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich auf die nächste Runde und dann bei Daylight Kill Align. Bis dahin. Ciao.